Hallo, ich grüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Client Coaching. Heute nur ganz kurz eine Buchvorstellung von Stephen R. Coway, die sieben Wege zur Effektivität produktiver werden. Und hier nur ganz kurz einen Punkt herausgelegt. Und zwar, wie beschreibt das Prinzip der Win-Win-Situation. Die Methode insgesamt produktiver zu werden, indem ich immer, egal mit wem ich, Vertragspartner, Kunde, Mitarbeiter, Kollege, was auch immer, Chef, immer eine Win-Win-Situation als Ziel habe. Egal, von welchem Verhältnis ich jetzt rede. Und ich finde deshalb so wichtig, es gibt ja auch die sogenannte Win-Win-Win-Situation, ist noch besser. Aber ich finde deshalb so wichtig, weil einfach viel zu viele Leute einfach immer nur an ihren Vorteil denken. Ja, es ist leider nach wie vor take daily business, dass Leute immer nur an ihren Vorteil denken. Und das ist auch besonders im Marketing, Vertrieb und Verkauf die vollkommen falsche Herangehensweise. Das sagt auch zum Beispiel Martin Limbeck, den ich hier in einem anderen Buch vorstelle, ja, Vertriebscoach, Motivator, dass man besonders ein guter Vertriebler, ja, ein wirklich guter Vertriebler, der denkt immer an den Vorteil seines Kunden, ja, und nicht an seinen eigenen Vorteil, ja. Das Verkaufen, der Abschluss kommt dann sozusagen von selbst, ja. Und viel langfristiger, der sozusagen der Umsatz, die Umsatz, der Returnal Investment, als wie wenn ich nur kurzfristig an meinen Vorteil denke, ja, als schnell was verkaufen oder sowas in der Richtung. Also so viel nur zur Win-Win-Situation und weil ich das auch wirklich jeden Tag erfahre, dass man einfach Steine in den Weg gelegt bekommt, teilweise auch von Kollegen und Leuten, die eigentlich zusammen in einem Team mit einem sein sollten. Unabsichtlich oder absichtlich oder unbewusst oder bewusst ist vollkommen egal, aber letztendlich häufig ist es auch unbewusst, ja, weil man einfach so gehirnwäschemäßig in unserer Gesellschaft auch ständig über Filme Hollywood und was weiß ich, ja, so laut Wall Street 1980 oder wann der rausgekommen ist, ja. Für mich das meiste, ja. Für euch das wenigste so ungefähr, ja. Also dieser Egoismus, dieser Neokapitalismus, ja, der uns sowieso alle in den Ruin führt, glaube ich. Lange Rede, kurzer Sinn, also Win-Win-Situation, holt euch das Buch von Covey und das war's dann wieder für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.